Die sind wieder runtergekommen. Geht jetzt? Die haben die Schandrone über uns! Die sind weg. So! Hier sind Feinde! Ups. So! Hier sind Feinde! Jungs, bei mir unten. Nein, die haben wieder gelebt. Ich hab meinen besten Play des Lebens gemacht. Oh mein Gott, ich hab deren Mutter ge- Geendobereck meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Warzone Video hier auf meinem Channel. Heute stelle ich euch die geile AUG vor. Wirklich, mh. Hat Zuckerbuff bekommen. Richtig geiles Ding. Zusammen mit der Bullfrog. Also ein paar Clips von der Bullfrog werden auch dabei sein. Aber ich sag euch so wie es ist. Die AUG könnte die Weitschutzmeter werden. Also die Taktikgewehre wurden sowas von gebufft. Also wirklich. Ich hab erst die DMR gezockt. Hank. Ich finde die AUG ist tatsächlich noch eine Nummer geiler. Zwei Bursts. Wenn alle drauf sind. Weg. Gegner weg. Bomben Ding. Bomben Ding. Ich hoffe das Video gefällt euch. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn euch das Video gefällt. Gerne Kommentare reinschreiben. Was euch gefallen hat. Was nicht. Ich schließe mir die Kommentare immer durch. Also viel Spaß. Was. Oh nein 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 nein. Einmal gleich zum Einmal durch die Strecke. Koordinatsrad hier. Weiß ich erfreit! Nooo. Ich werde nix machen. Zumindest zwei. Das war nur noch einer, glaube ich. Ja, wochen darf man noch einer, glaube ich. Redding! Ja, kommt, kommt! Zwei! Wunder! Bist du alles geholt? Ja, wir haben alles getan dafür, dass ich sterbe. Verdammt. Der ist auf die Post-Straube. Alle gefickt! Jetzt noch zwei, jetzt. Ah! Den Trumpen. Ich hab's gar nicht gesehen, Digga! Wo ist er denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Juck! Nächster Clip. Hä? Was ist das denn? Ah, du Scheiß! Fick! Fick! Schick sowas! Tot! Was ist mit dem Control Center? Lass mal Hight helfen beim Low Load! Das ist aber entspannt bei uns! Das ist aber entspannt bei uns! Ich hab alle drei gebumst! Das ist einfach gebumst! Boah! Ja, wir brauchen diese Männchen! Auf Headshot, unser Team! Knock! Wir können putzen, ist weg! Digga, ich hab's Digga auch so. Drrr! 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 Einer ist, der ist auch ein Felsen da! Nice! Wow Digga! Wir sind die Besten! Was machen wir? Ding Dong! Wie viele Wins haben wir jetzt? Ding Dong! Hast du ein Felsen? Ah, das ist ganz schön scheiße! Pass auf euch auf! Der feinste Oberpfiff ist vielleicht! Ja, ich komm doch weg! Ah! Oh mein Gott! Du hast meinen Arsch gerettet! Oh mein Gott! Ich hab beide geholt! Oh mein fucking Gott! Was war das für ein Play Digga! Oh mein Gott! Hör gut! Ehhh... Ehh... Ehh... Keinen! Auf Friedern, Kim war noch sein eh... Sind die welche 6er? Denen, glaub ich... Einen, glaub ich... Einer, zwei, zwei... Hier... Auf der Steppe! Na, zwei... Noch einer, glaub ich, der links... Jungs, ich sag's euch, die Augen zu OP. Kann man hier irgendwie rüber? Nein, ne? Scheiße. Werde hier beschossen. Werde hier, werde hier? Werde hier? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Fuck's sake. GG's. so meine freunde kommen wir zum klassen setup der aug wie zog ich die auch die auch zog ich mit dem mündung agency schalldämpfer mit dem lauf zog ich den 17er titanlauf damit die schussrate steigt ganz einfach das ist ein salvengewehr damit die börse dann direkt die leute schnell weg wie sie zog ich axial am strainer wie sie so wie immer magazin zog ich das standard 54 schussmagazin und den feldagenten vordergriff damit ich keinen rückstoß habe vertikal sowie horizontal ich hoffe das video hat dir gefallen lassen leichter wenn nicht dann bin ich einfach traurig oder auch nicht mich juckt das nicht wenn ihr meine videos nicht gefallen weil ich ziehe mein ding durch hauste